Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 478. Mein Name ist René, außerdem heute Mitarbeiter Herr Marvin. 487, das ist schon krass. Alles Gute und herzlichen Glückwunsch. Und hi, ich bin der Marvin. Es ist 478, aber es ist trotzdem eine gute Nummer. Das ist so krass, das ist tatsächlich so krass, das hängt damit zusammen, dass ich eigentlich Linkshänder bin, irgendwann als Rechtshänder umtrainiert wurde und ich immer die Zahlen verdrehe. Es ist nichts zu fassen. Aha, daher kommt es auch, dass du, wenn du mit rechts in den Elfmetern schießt, der Ball dann auf der anderen Seite vom Tor vorbeigeht. Das ist der alleinige Grund, darauf berufe ich mich. Jetzt haben wir den Mythos von Fußball 2000 aufgelöst. Wir begrüßen auch die Patrizia heute hier in der Runde. Hallo, ich bin nicht umgeschulte Linkshänderin, deswegen klappt bei mir auch alles so hervorragend. Sehr schön. Wollte ich nur nochmal hier an dieser Stelle gesagt haben. Ich habe den Wink mit dem Zaunfall verstanden. Du, an dem Zaunfall war noch ein bisschen Zaun mit dran, glaube ich. Genau, und außerdem ist auch nochmal dabei der Duke, der kann mit beiden Händen trinken. Ja, richtig, genau. Servus, hallo. Ja, das passt ganz gut. Rechts aber auch besser als links, muss man sagen, ja. Sehr schön. Ja, wir wollen heute wieder ein bisschen über die Eintracht, über Fußball und alle möglichen anderen Dinge reden. Aber natürlich, wie sich das gehört, kommt am Anfang ein bisschen Housekeeping. Ich habe jetzt diese Woche keinen speziellen Namen rausgesucht und möchte mich deswegen einfach mal bei allen da draußen bedanken, die uns hier Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr fleißig unterstützen. Und ich drücke euch allen die Daumen, dass ihr Karten bekommt für Sevilla. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder hier an dieser Kartenverlosung teilgenommen hat, was auch ein Thema sein wird, über das wir später nochmal sprechen werden. Ich möchte mich aber trotzdem noch bei zwei Leuten hier bedanken. Ich hatte ja vor zwei Folgen nach einer Karte für das Westhamspiel in Frankfurt gefragt. Hatte leider kein Glück, hab keine bekommen. Aber der Paul und der Thomas waren so freundlich und haben mir Aufkleber und einen Wimpel vom Benefizspiel Chemie Leipzig gegen Frankfurt geschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Der bekommt auf jeden Fall einen wunderschönen Platz im Büro neben den ganzen Autogrammkarten und so von Eintracht-Spielern, die da irgendwo sind. Oha, schöne Sache. So, und jetzt lasst uns doch ein bisschen über Fußball sprechen. Der Eintracht hat Historisches erreicht nach dem Rückspiel gegen West Ham letzte Woche. Marvin, du hast in dem Podcast letztens gesagt, man hat wahrscheinlich nur eine begrenzte Anzahl von so Glücksmomenten übrig. Wie viele von deinen Glücksmomenten sind denn nach diesem Spiel und der wahrscheinlich großen Freude im Stadion noch übrig? Ein paar sind noch übrig, denn wir haben ja noch ein bisschen was zu erleben in dieser Saison. Aber das war schon krass. Ich muss auch sagen, man hat ja in diesem Spiel sich schon ein bisschen daran gewöhnen können. Ich will hier gar nicht zu hochnäsig klingen, aber es war für eine gewisse Sicherheit, hat die Eintracht ja schon gesorgt, dass man sich irgendwie schon damit anfreunden könnte, okay, das kann halt wirklich klappen. Aber als dann wirklich der Schlusspfiff ertönt ist, als es wirklich so hieß, die Eintracht ist im Europacup-Finale, dann sind schon viele, viele Dämme gebrochen. Ich habe links und rechts neben mir Leute gesehen, die geheult haben, wie Schluss ist, Schlosshunde. Ich habe selber am Samstagabend beziehungsweise am Sonntagabend dann echt nochmal das Versuch zu realisieren. Das dauert ja auch eine Zeit und habe dann auch nochmal so das ein oder andere feuchte Äuglein bekommen, muss ich sagen, weil diese Leistung auch in dieser Klarheit am Donnerstag, die war echt beeindruckend. Und dann die Tatsache, dass wir wirklich im Finale des Europacups sind, das ist schon extrem brutal. Und das lässt sich kaum in so kurzen Worten hier zusammenfassen. Patricia, Dennis, wie geht es euch? Ja, dafür hast du es ganz gut zusammengefasst, würde ich sagen, weil ich gar nicht so viel hinzuzufügen habe. Ich war ja auch leider vorm Fernseher nur, aber trotzdem dabei. Und ich war nach Schlusspfiff erst mal so richtig aufgeregt irgendwie und du musst es ja erstmal auch realisieren. Und als sich das dann so gesetzt hat, so ein paar Stunden später, würde ich auch sagen, dass das ein oder andere Tränchen geflossen ist. Ja, also das war schon eine emotionale Sache, würde ich sagen. Und vor allen Dingen, ich kann es halt komplett nachvollziehen, wenn du dann auch im Stadion stehst und alle um dich rum heulen, dass es dich dann einfach komplett mitreißt. Und dann, ja, das ist schon schön gewesen. Aber es war ja noch nicht alles. Also wir haben ja noch was vor uns. Deswegen, wie Marvin schon richtig gesagt hat, so ein paar Glücksmomente muss man sich da noch aufsparen. Auf jeden Fall. Ja, wir hatten ja wieder bei uns an unseren Plätzen, ich hatte ja zum Glück, dass, ja, das Glück muss man sozusagen sagen, dass ich im Stadion es gucken konnte und standen aber wieder bei Leuten, die wir sonst in der Runde nicht so bei uns da stehen haben. Und es ist immer wieder beeindruckend, wie schnell wildfremde Leute sich dann in den Armen liegen. Und ihr habt schon gesagt, gestandene Männer, die Tränen in den Augen stehen haben. Also es ist wirklich eine tolle Sache und es schweißt total zusammen und war wieder natürlich genial. Auch wenn, und wir kommen ja gleich zum Spielerischen, also der Schockmoment nach, was waren es, fünf Minuten ungefähr, als dann Hinti da erstmal raus musste und so weiter. Also es hat auch schon wirklich an Nerven natürlich da teilweise gezerrt. Marvin, du hast es schon gesagt, souverän auf jeden Fall. Trotzdem, es hat alles gut, gut funktioniert und ich bin auch happy. Und auch gerade nach dem Tor und die rote Karte und was da alles ja dann zu unseren Gunsten sehr früh dann eigentlich im Verlauf stand, war trotzdem diese Anspannung, ich glaube, das kriegen wir als Eintracht-Fans eh niemals raus, dass wenn nicht abgefiffen ist, ist die Anspannung immer da, dass du es noch irgendwie vergurken kannst. Und ja, deshalb. Also ich war auch einfach nur happy. Und wie gesagt, war schon eine tolle Geschichte, ja. Aber was du schon sagst, also ich finde, das ist ja durchaus auch nochmal ein Review jetzt hier gerade wert. Die Tatsache, dass mit Hinteregge ein markanter Spieler, ein wichtiger Spieler rausgegangen ist, von dem du gedacht hast, okay, der trägt uns jetzt durchs Halbfinale und dann geht er mit uns ins Finale. Aber man hat gemerkt, okay, vielleicht war es doch einfach eine schwierige Situation, dass er ja in der Vorwoche ja auch nicht spielen konnte gegen Leverkusen. Da war er ja ein bisschen malat, um es mal so zu sagen und ist dann ohne dieses Spiel dann in das Spiel gegen West Ham gekommen und relativ früh schon verletzt gewesen. Vielleicht war das nicht so 100 Prozent, aber dann müssen wir sagen, es ist dann schon besonders, dass ein Spieler wie Touré immer wieder eingewechselt werden kann, der in der Liga mit Sicherheit den ein oder anderen Bock, was wir in der Vergangenheit ja auch wissen, geleistet hat, aber in der Euroleague bislang unfassbar performt. Und da auch, ganz ehrlich, dass Tutor dann auch in diese Rolle gewechselt ist und diese Rolle in der Mitte dann so zentral und dominant angenommen hat, da muss ich auch sagen, da ziehe ich einfach meinen Hut, wie jeder Spieler performt hat. Und im Endeffekt für mich dann trotzdem nicht mehr krass, krass, wie soll ich sagen, anstrengend war. Es war anstrengend, klar, weil wir die Zeit runtergezählt haben. Es war anstrengend, weil man auch mit einem Ohr irgendwie noch in Glasgow war und gehört hat, was geht's hier. Aber Fakt ist ja trotzdem, dass die Eintracht das wirklich sehr erwachsen, will ich sagen, runtergespielt hat. Du hast gerade was Wichtiges angesprochen. Tutor da auf dieser Mittelposition, also die Hinteregger-Position, dann da eingenommen. Auf der einen Seite ein Riesenvertrauen, was der Trainer, aber auch die Mannschaft ihm da entgegenbringen. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, wenn man überlegt, der hat zu dem Zeitpunkt 43, 44 Bundesligaspiele und 9 Euro-League-Spiele auf dem Zettel gehabt und hat diese Leistung sowas von souverän darunter gespielt. Also das ist echt, da ziehe ich alle Hüte, die ich habe davor. Ganz großartige Leistung, wie ich fand. Ganz klar, da gibt's nichts. Also es war wirklich eine tolle Leistung. Aber auch ehrlich gesagt, die fast gesamte Mannschaft, ich würde jetzt sagen, niemanden rausnehmen, Patrizia. Da waren ja eigentlich alle, die wirklich wieder am Limit performt haben und eigentlich West Ham kaum eine Chance gelassen haben. Oder sehe ich das jetzt zugelassen? Hast du das am Bildschirm ein bisschen anders gesehen? Ähm, nee, ähnlich. Also klar, diese Angst, dass noch was schief geht, ist immer da. Manchmal ist es ja auch egal, wie souverän deine Leistung ist. Dann ist irgendein Sonntagsschuss und dann steht's halt auch wieder 1-1 und dann ist es ein ganz anderes Spiel. Deswegen dieses, dass man da jetzt in Anführungsstrichen nur 1-0 führt, war schon so ein bisschen hm. Aber andererseits war das schon, als dieses frühe Tor gefallen ist, so ein beruhigendes Element, würde ich sagen. Einfach, weil du ja weißt, du hast das Hinspiel auch schon gut bestritten. Und dann auch dieser, wie du schon gesagt hast, souveräne Auftritt von der ganzen Mannschaft, also von allen. Ich würde da jetzt gar keinen irgendwie krass rausnehmen. Es ist auch keiner abgefallen irgendwie. Ich fand zum Beispiel Indica richtig krass mal wieder, um es mal hervorzuheben. Der hat, glaube ich, auch einen auf der Linie geklärt noch. Das war ein Moment, da ist mir so ein bisschen das Herz stehen geblieben, aber zum Glück nicht ganz. Aber ja, den würde ich vielleicht sogar noch so ein bisschen herausheben, weil er wirklich mal wieder eine sehr, sehr, sehr starke Partie gemacht hat. Aber wie du auch schon gesagt hast, wie man das aufgefangen hat, dass ein Spieler wie Hinteregger so früh raus musste, das war schon sehr, sehr stark. Und natürlich, klar, wahrscheinlich spielt dann auch eine rote Karte für den Gegner so ein bisschen mit rein. Das ist auch, was gut für die Eintracht gelaufen ist. Andererseits sehr, sehr dumm. Eine sehr, sehr dumme Aktion von West Ham. Vor allen Dingen aber auch, dass der Schiedsrichter erst gelb gezeigt hat. Ich dachte, ich falle vom Glauben ab. Das war auch so eine Situation, wo ich mir dachte, das kann doch nicht sein. Aber es wurde ja schnell korrigiert. War dann rot. Und ja, ich glaube, alles in allem. Ich war schon angespannt, aber irgendwie hattest du ganz tief drin, so das Vertrauen, das könnte heute was werden. Vor allem mit allem drum und dran, was auch so für die Eintracht gelaufen ist und wie sie sich präsentiert haben. Das hat schon einigermaßen beruhigt, würde ich sagen. Also bis zu dem Tor war ich definitiv ein Nervenbündel. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch zu kritisch, aber ich fand schon, dass die Mannschaft durchaus nervös und angespannt war. Und für mich waren da eine ganze Menge von Stockfehlern am Anfang drin, bis zu dem 1-0. Also ich fand sie da nicht so souverän, wie sie es in der zweiten Halbzeit vom Hinspiel waren. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich auch einfach zu kritisch und vielleicht auch, weil ich da zu angespannt war. Ich hatte auch tatsächlich nach der roten Karte so ein bisschen Bammel, weil wir es in der Vergangenheit auch zu oft erlebt haben, dass man dann denkt, naja komm, jetzt ist der Gegner halt mit einem Mann weniger und dann dir halt einfach irgendwie der Gegner auch nochmal angestachelt ist. Und das wäre ja auch nicht unrealistisch gewesen in so einem Spiel, wo es ja für West Ham auch um was geht, dass sie dann nochmal so einen Motivationsschub durch so eine Aktion irgendwie bekommen. Und sie hätten ja nur bis zu dem Zeitpunkt das eine Tor gebraucht und dann hätten wir halt im schlimmsten Falle über die Verlängerung und sogar Elfmeterschießen gehen müssen. Also da war ich schon bis zu dem Tor deutlich nervös. Aber René, du sagst doch gerade genau das, die Souveränität, das auszunutzen. Eine rote Karte, wir wissen es alle, muss ein Spiel heute nicht entscheiden mit dem schnellen Lauf und so weiter. Und das muss nicht immer heißen, dass du jetzt mega viel mehr Platz hast oder da wirklich der Gegner Probleme hast. Aber wir haben es mal hinbekommen. Und das ist was, wo man von Lerneffekt oder wurde Marvin auch schon gesagt hat, wo die Eintracht einfach erwachsen und professionell das runtergespielt hat, nämlich die Situation ausgenutzt. Die waren eben noch nicht so richtig hinten drin. Da war eine Riesenlücke. Also ich habe es mir auch in der Wiederholung noch mal angeschaut und habe gedacht, meine Güte, wie frei steht denn Boreda in der Mitte? Genial, auch wieder von Knauf, muss man auch sagen. Es ist einfach eine Riesenbereicherung für die rechte Seite. Aber wunderbar. Also das musst du auch erst mal ausnutzen. Das haben wir gemacht. Und danach war natürlich, war es schon noch mal ein großes Stück auch für West Ham. Da erst mal wieder, ja, hättest du natürlich mit einem Tor, wärst du sofort im Remis gewesen. So musstest du wieder im Rückstand nachrennen. Ich glaube schon, das hat das ganze Spiel geprägt. Und ja, nicht nur die rote Karte, sondern auch, dass die Eintracht es einfach hinbekommen hat, das auszunutzen, daraus auch sehr schnell ein Tor zu machen. Und das ist eigentlich das, was ich wirklich super souverän sehe. Da gebe ich dir recht, das 1-0 da zu machen und auch wie sie das herausgespielt und am Ende dann auch zu Ende gebracht haben, das war definitiv großartig. Da haben wir wirklich alles an Spielerischem, was wir da auf dem Feld haben, genutzt. Plus den Faktor halt einfach dann auch West Ham, denen ja bewusst ist, dass es für sie unwahrscheinlich schwer geworden wäre und am Ende ja auch ist, wenn sie da zwei Toren hinterherlaufen müssen, die dann halt einfach auch dadurch, dass du viel über die Flügel gegangen bist, wo du halt die Leute nach draußen gezogen hast und damit dann Platz in der Mitte geschaffen hast. Also es war schon ein sehr cleverer und sehr solider Matchplan. Und der ist dann auch aufgegangen. Und nach dem 1-0 war ich auch entspannter, auch weil du gemerkt hast, dass auch West Ham über die Spielminuten immer nervöser, immer fahriger geworden ist. Viele Nicklichkeiten, viel Gemecker, viele Fouls. Und du einfach gemerkt hast, so von Minute zu Minute dieses Pendel schlägt immer mehr in unsere Richtung aus und dann am Ende halt einfach nur noch Minuten gezählt hast und gebetet hast, dass jetzt einfach der Schiedsrichter dieses böde Spiel abpfeift. Ja, definitiv. Also diese Souveränität, die dann auch weiterkam, das hast du dann weiter vorangeschritten, das bei der Eintracht hat man dann schon gemerkt, ich habe diese Fehler, wie du sie jetzt skizziert hast, natürlich im Stadion weniger beobachtet. Ja gut, dann kriegst du es dann ein bisschen anders mit, als wenn du da vom Fernseher sitzt. Das ist halt schon eine komplett andere Art Fußball zu erleben. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich muss aber sagen, dass der Ballbesitz beispielsweise bei der Eintracht sehr, sehr deutlich war. Man hat gemerkt, dass der Eintracht, obwohl West Ham hätte ja auch irgendwie das Spiel ein bisschen machen müssen, das überhaupt nicht hinbekommen hat. Die Eintracht hat gut den Ball gehalten, war sehr sicher in den kleinen Passspielen, hat auch wenig Bälle dann wirklich in entscheidender Form dann weggegeben. Und ja, West Ham dementsprechend überhaupt gar nicht machen lassen. Das war für mich insgesamt doch eine relativ erwachsene Leistung. Natürlich hätte man noch die ein oder andere Chance selber nutzen können. Es gab immer mal wieder auch so die kleinen Momente. Aber für den Europacup-Halbfinale, habe ich fast gedacht, warum macht denn die Eintracht das, hat die das jetzt jedes Jahr oder warum spielen die so souverän runter? Das war schon, zieh ich schon meinen Hut vor. Ja gut, du musst natürlich jetzt auch in der Situation da nicht mehr volles Risiko gehen. Du liegst irgendwie zwei Tore vorne, du weißt, dass du damit die Tür zum Finale weit aufgestoßen hast. Wenn du nicht musst, gehst du da halt auch kein Risiko. Du willst ja jetzt auch nicht irgendwie noch eine rote Karte mitnehmen, die würde ja umgesetzt werden. Gelbe Karten hatten sie ja keine Vorbelastung, weil die ja alle gelöscht worden sind vorher. Also da hättest du ja keine Gefahr gehabt. Verletzungen willst du auch keine riskieren. Also da gehst du jetzt dann da auch nicht voll drauf. Also hat schon gepasst für mich an der Stelle. Ja, definitiv. Und gegen so eine stark besetzte Mannschaft, das darf man auch nicht vernachlässigen. Das ist eine Mannschaft, die wirklich viel Qualität drin hatte. Da brauchen wir mit den Einzelspielern, können wir immer reden. Aber so Rice, Antonio, das wissen wir alle, Bowen, das sind alles richtig, richtig gute Spieler. Und auch so Nariola, der hat auch wieder in Ansätzen gezeigt, dass er halt auch ein richtig toller Torhüter ist. Aber wenn du dann halt wirklich siehst, dass selbst ein David Moyes dann irgendwie seine Fassung verliert und irgendwie so, keine Ahnung, ein Ballmädchen dann anschießt und dann wirklich irgendwie gar nicht mehr Herr seiner Sinn ist, dann weißt du, okay, die Eintracht hat ihn zermatert. Und das haben sie erfolgreich gemacht. Und ja, aber dazu ist es halt auch so, dass wir hier natürlich über die sportliche Komponente sprechen. Aber was man auch nicht vernachlässigen darf, ist, dass die Fans halt über 90 plus Minuten eine komplette Eskalationsspirale hochgetrieben haben. Ich weiß nicht, René, das musst du mir jetzt nochmal sagen und Patricia, wie das beispielsweise am Fernseher sich angehört hat, ja, aber im Stadion, da war es über 90 Minuten laut, die Choreo war am Start, alle waren heiß, waren motiviert und waren ebenfalls genauso wie die Mannschaft willens, bis an ihr absolutes Limit zu gehen. Also ich habe inzwischen mal gewechselt zwischen dem RTL Plus Stream und der Free-TV-Übertragung. Also ich hätte an dem Tag definitiv nicht Tonmann bei RTL sein wollen, weil du hast halt einen scheiß Job die ganze Zeit, die Stadion-Mikros noch ein Stück weiter runter zu regeln, weil das Publikum einfach nochmal lauter wird und gleichzeitig irgendwie das Mikro von den Kommentatoren weiter aufzudrehen, weil sie halt ansonsten überhaupt nicht zu verstehen gewesen wären. Also das hast du schon am Fernsehen, fand ich, sehr deutlich mitbekommen, was da einfach für eine Lautstärke ist und wie du einfach auch mit jeder Aktion, die positiv für uns war, gemerkt hast, dass da nochmal irgendwie eine Schippe draufgelegt wird und diese permanenten Five-Konzerte immer dann, wenn West-Hilfe-Spieler am Ball waren. Also das war schon brutal laut, auch am Fernsehen, fand ich. Ja, fand ich auch. Vor allen Dingen hatte ich das Gefühl, dass wirklich jeder, jeder mitgezogen hat. Das gibt's ja, also das ist ja nicht immer so, aber vor allem in so wichtigen Spielen, wo es drauf ankommt, habe ich das Gefühl, funktioniert das ganz gut. Vor allem, ich merke das immer an diesem S-G-E-Gesang, wo die verschiedenen Blöcke, die verschiedenen Buchstaben haben und dann fällt immer mal so das E so ein bisschen ab in manchen Spielen, weil dann halt irgendwie, keine Ahnung, ja nicht mehr jeder mitmacht, aber diesmal waren die wirklich fast alle gleich laut und ich finde, daran kann ich das immer schon ganz gut messen, ob da irgendwie wirklich jeder alles raushaut an dem Tag, alles raushauen, haha, oder eben nicht. Und es war da auf jeden Fall der Fall. Ich hatte so ein bisschen auch das Gefühl, dass gerade bei dem Gesang auch die Blöcke genauso den Wettbewerb angenommen haben und versucht haben, diesmal lauter zu sein, als der Block, der vor ihnen oder nach ihnen dran ist. War auf jeden Fall ein Highlight. Geil, freut mich, dass das auch so rüberkam. Ich glaube, Dennis hat, wir haben uns in der Halbzeitpause gesehen und da waren wir schon echt gut, ja, angestrengt, muss man sagen. Und da waren wir schon wirklich am Anschlag. Stimme schon heiser, ja. Auf jeden Fall, da waren wir schon alle heiser und dann ging es halt weiter. Und das war echt nochmal 90 Minuten, 45 Minuten danach und die 90 plus Minuten. Das hat alles dann auch super geklappt. Und wie gesagt, dieser finale Moment, dieser Pfiff, dass du wirklich auch die Fans, hast du ja unten auch gesehen, einige, die dann das Stadion dann, beziehungsweise den Rasen dann auch gestürmt haben und ja auch willens waren, dementsprechend ein Feuerwerk auf dem Platz abzuzünden, mehr oder minder. Also da waren ja auch viele, sag ich mal, die das als absolute Erlösung auch gesehen haben. Und für mich auf den Rängen, ich bin nicht auf den Rasen gegangen, sondern ich fand es klassisch auf den Rängen einfach wunderbar und habe mich einfach darüber gefreut, dass wir echt einen tollen Abend hatten und dass da plötzlich Finale oben drüber steht. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Moment, wo du damals gegen Chelsea im Halbfinale gedacht hast, okay, das ist jetzt so der Punkt seit Jahren mal wieder so weit in einem internationalen Wettbewerb gekommen, auch gerade, weil du ja immer noch so im Hinterkopf hast, Relegation 2016, wo du gedacht hast, okay, das ist so das Maß der Dinge. Wenn wir da nochmal hinkommen, dann sind wir schon echt gut unterwegs und dann in dem Jahr jetzt nochmal einen draufgelegt, kein Spiel in der Euroleague so wirklich verloren und jetzt einfach dann diesen Finaleinzug geschafft. Ich glaube, das ist so ein Moment, selbst wenn es jetzt am Ende, und ich glaube, wir jetzt auf Holz, nicht positiv für uns ausgeht, allein so weit gekommen zu sein, ist schon ein Moment für die Ewigkeit. Ja, Wahnsinn jetzt. Aber wie gesagt, die Reise ist noch nicht zu Ende. Was mir auch sehr gut gefallen hat, auch am Donnerstag wieder, da muss man immer ja aufpassen, weil es ist natürlich auch nicht ungefährlich und man muss auch alles in Kontrolle halten und so weiter. Aber es wurde doch sehr viel laufen gelassen, auch so von den Emotionen her. Man ist nicht so konsequent, auch wieder gegen verschiedene Pyro-Dinger-Vorgang, wie wir das schon aus der Vergangenheit kannten, das in Anführungszeichen tolerierendes Platzsturm ist beziehungsweise auch der entsprechenden, ja vorher hinter der Bande stehen. Ich hatte zumindest das Gefühl, dass die Verantwortlichen bemüht sind, hier ein gewisses, nicht eine komplette Bremse zu machen für die Emotionen, sondern den Leuten auch ein bisschen Raum zu geben, sich auszuleben und da den Moment zu genießen. Weil es sind schon tolle Bilder einerseits und es ist auch ein toller Moment. Und man weiß ja in dem Augenblick auch, wie auch Marvin schon gesagt hat, und ihr zu Hause wahrscheinlich genauso. Alle haben gedacht, oh Gott, wohin mit meinen Emotionen? Alter Schwede, Abpfiff, wir sind im Finale. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Und sind hier dreimal in der Ecke rumgerannt, so ungefähr. Das ist ja normal. Und das hat der eine ja wahrscheinlich noch stärker als wir dann. Und ja, da hast du einfach gesehen, dass da manche komplett natürlich ausgeflippt sind, aber nachvollziehbar. Und es sind einfach dann auch Sachen, wo du siehst, wie schön diese Momente einfach sind, die du aufsaugen musst und auch ausleben musst teilweise. Ja, das ist genau wunderbar gesagt. Ja, es ist krass. Also kann man ja immer unterschiedlich drüber sprechen, wie dieser Platzsturm zu bewerten ist. Ich muss halt sagen, das Einzige will gar nicht so viel Negatives dazu sagen. Ich finde, das kann auch passieren. Und das haben wir ja auch alle schon gehabt bei Aufstiegen und so weiter und so fort. Und das finde ich auch irgendwie cool. Das Einzige, was mich irgendwie ein bisschen irritiert hat, war, dass extrem viele offenbar Eventis da waren und das in Instagram Exzessen und Orgien abgehört. Wo ich ja schon die Frage stelle, was ist denn los mit euch? Ich weiß, wir machen diesen Podcast wirklich schon lange. Und wir kritisieren auch manchmal Dinge, die vielleicht gar nicht so wild sind. Aber ich muss schon sagen, dass ich das schon irritierend finde, wenn es da Leute sind, die ich noch nie gesehen habe im Stadion und plötzlich dann irgendwie 500 Videos, Fotos, Livestreams von diesem Platzsturm dann machen. Da denke ich mir, ja, ist es jetzt auch wirklich nur Selbstbeweihräucherung oder so? Weil es geht eigentlich ums große Ganze so. Und das muss ich sagen, das ist das Einzige, was mich da so ein bisschen irritiert zurückgelassen hat. Ansonsten fand ich es eine herausragende Stimmung. Und viele alte Gefährten auch wieder gesehen, die man auch schon länger nicht mehr getroffen hat durch diese ganze Corona-Zeit. Das ist auch brutal schön. Ja, wollte ich nur einfach noch mal kurz anbringen. Ich bin da manchmal so ein bisschen Wiese-Peter oder so, aber manchmal muss man es auch sein. Nee, hast du aber völlig recht, Marvin, weil es geht ja darum, den Moment zu erleben, die Emotionen aufzunehmen und nicht irgendwie tolle Bilder zu produzieren. Das kann zwar auch sein, aber es ist in dem Augenblick manchmal ein bisschen schwierig, gerade wenn es so überhand nimmt und nur anscheinend der Fokus darauf liegt. Ist mir auch aufgefallen, ja, stimme ich dir zu auf jeden Fall. Weißt du, ich meine ganz ehrlich, überleg dir mal, wir haben am Sonntag, haben wir, ich glaube in der Halbzeitpause oder so, wo wir gesagt haben, wir machen mal schnell ein Foto oder so. Und da gab es schon Leute, die grummelig waren, weißt du? Weil wir uns mal wieder gesehen haben, wollten wir mal ein Foto von uns machen. Beziehungsweise bei uns war das okay, da kam irgendwie so ein anderer, ein ein fernter Bekannter von dir, der dann auch nochmal ein Foto machen wollte. Und da waren schon Leute grummelig. Aber das ist halt eine Halbzeitpause. Und ich kann aber auch diese Grummeligkeit ein Stück weit nachvollziehen. Aber wenn du während des Spiels und dann, keine Ahnung, die ganze Zeit nichts besser zu tun hast, als irgendwie lauter Livestreams zu machen, das finde ich schon irritierend. Aber gut. Naja, es ist Modern Times, müssen wir auch mithalten. Ja, jedem das Seine, genau. Ja. Ja, und damit haben wir es jetzt geschafft und stehen im Euroleague-Finale in Sevilla. Und ich sag mal, das ist ja jetzt auch ein Finale, was den Namen und auch die Emotion verdient hat, weil wir haben jetzt ja auch noch auf den letzten Metern den passenden Gegner bekommen. Ja, das war ja auch krass. Wirklich, wie du Marvin schon sagte, man hat ja so ein bisschen mit einem Auge da auch mal verfolgt, was da abgeht. Und gut, für die Ticketsituation ist es natürlich umso beschissener. Für die Ticketsituation ist es beschissen. Ja, ja, das ist schon richtig. Aber sagen wir mal so, es würdigt dann auch die Situation und den Punkt, dass wir ja immer wieder gesagt haben, dass es so viele Mannschaften gibt in der Euroleague, die einfach irgendwie diesen Wettbewerb nicht ernst nehmen, dann jetzt mit der Eintracht und mit den Rangers da zwar vereint zu haben, die wirklich dieses komplette Thema zelebriert haben und die das wirklich maximal ernst nehmen, das hat es dann halt auch irgendwie wieder verdient. Und zeigt dann vielleicht auch den Verantwortlichen, die über irgendwelche, weiß ich nicht, Super League, Super Duper League und so immer irgendwie drüber nachdenken, was das halt auch sein kann, wenn du da halt auch Vereine mit Fans hast, die in solchen Wettbewerben teilnehmen. Auf jeden Fall. Patrizia, hast du das auch dann nebenbei die ganze Zeit verfolgt oder wie? Weil wir waren direkt am Stadion, beziehungsweise im Stadion und haben die ganze Zeit nebenbei Kicker offen gehabt, weil irgendwie es drang dann so durch, das 1 zu 0 und dann ist das geil, okay, das geht schon in die richtige Richtung. Der hat plötzlich 2-0, da war tatsächlich bei uns auch ein bisschen Freude dabei. Wie hast du es gemacht? Nee, auch so. Also ich hatte eigentlich durchgehend auch die App nebenbei an. Und dann war man ja schon auch sehr, sehr glücklich, als dann die Rangers getroffen haben. Und dann war es ja zwischenzeitlich wieder so, dass es in die Verlängerung gehen würde. Und dann ist halt dieses entscheidende Tor noch gefallen. Und ja, hat mich sehr gefreut. Klar ist das jetzt für die Ticketsituation sicherlich nicht zuträglich, aber alles in allem ist es ja das Finale, was man sich gewünscht hat und was auch, finde ich, ja, die Eintracht verdient hat. Also das wäre irgendwie gegen Leipzig, ja, ich will jetzt nicht sagen Trauerspiel, aber da geht schon einiges an diesem europäischen Feeling verloren. Erstens, wenn es eine Bundesliga-Partie ist, ganz unabhängig davon, ob es jetzt Leipzig ist. Also selbst Leverkusen, Dortmund, was auch immer, wäre halt so ein bisschen, es ist halt eine Bundesliga-Partie. Und so, wenn es dann auch noch Leipzig ist, ist dann halt noch mal so ein Ding obendrauf, wo du dir denkst, muss halt nicht sein. Und alles in allem freut mich das schon sehr, dass es dieses Finale geworden ist. Vor allem aber auch, weil ich dann dran denke, falls man das wirklich verlieren sollte, ich wäre sehr niedergeschlagen, ich wäre auch traurig, aber ich könnte es besser verkraften, wenn ich weiß, dass auf der Gegenseite eine Mannschaft den Pokal gewonnen hat, die das auch schätzt, für die das auch was Besonderes ist und deren Fanbase vor allen Dingen da irgendwie Freude dran hat. Und ich glaube, das ist dann im Nachhinein leichter, ich überlege schon, wie ich damit umgehen sollte, falls es nicht klappt, merkt man vielleicht. Aber nee, ich glaube, das würde mir im Nachhinein wirklich helfen, das zu verarbeiten und irgendwie zu sagen, okay, gut, diesmal hat es nicht gereicht, aber dafür gibt es andere Menschen, die sich zumindest auch gebührend darüber gefreut haben, im Gegensatz zu vielleicht anderen Fanbases, denen das nicht allzu wichtig ist oder die auch da nicht so viel Herzblut reingesteckt haben. Und denen man es auch eigentlich, unterm Strich sind wir mal so ehrlich, auch eigentlich überhaupt nicht gönnt. Ja, aber was heißt nicht gönnen? Im Endeffekt ist es halt einfach so, dass es ein absoluter Quatsch-Verein ist. Also keine Ahnung, ich baue mir jetzt auch bald eine Lego-Stadt und melde die an zu einem Fußballverein. Was soll denn diese Scheiße? Also ganz ehrlich, die selber, die selber machen nichts dafür, dass man sie ernst nehmen müsste. Und das ist ja das Ding. Ich meine, ganz ehrlich, wie oft haben wir in dieser Saison schon gesagt, oh, wisst ihr was, es wäre geil gegen Glasgow zu spielen. Oh, weißt du, irgendwie, wir fahren nach Schottland, haben wir eine geile Auswärtsfahrt. Bam, bam, bam. Was machen die, Rasenballisten? Ja, die haben 2500 Tickets und rufen gerade mal 1000 ab. Die hat bei allem Respekt. Und dann 1500 Karten werden ich aufgerufen und diesen Stadionmarsch, also den sie da machen wollen, der versandet. Ja, Leute, dann seid hier halt auch kein Fußball. Das ist dann, dann lasst es. Dann geht zum Halmer oder so. Das ist bestimmt auch eine geile Sportart. Da muss man vielleicht auch Geld reinstecken oder werdet alles E-Sportler. Auch vollkommen okay. Aber nervt mich halt nicht. Und das ist genau das, was Patricia auch sagt, dass wir ja natürlich auf der anderen Seite jetzt einfach froh sind, dass mit den Rangers eine Mannschaft als Gegner uns präsentiert wird, die einen Fanstamm hat, der unfassbar barbarisch ist. Die wollen auch schon mit 100.000 Leuten nach Sevilla. Das werden sie auch tun. Ja, ja, genau. Die stürmen genauso wie wir alle Ticketsysteme. Die schauen, wie können die da hinfahren und so weiter und so fort. Und das Stadion und die Stadt wird voll sein von Rangers-Fans. Das ist aber Fußball in reinen Kultur. Nach dieser schwierigen Phase, nach zwei Jahren Corona, wo wir auch wirklich viele Entbehrungen hatten, wo vieles nicht möglich war, kommt der Fußball gerade straight up zurück in unsere Fresse. Aber so was von. Und auch, ich glaube, für die Ultras oder für aktive Fanszene, die ja auch selbst nachher zu Union gefahren sind, die sich selbst das Dilemma in Leverkusen angeguckt haben und so weiter, vielleicht zum Teil noch in Mainz sein werden, die machen das alles mit. Und da habe ich ja mega Respekt davor. Und es ist aber trotzdem halt auch einfach so, dass man wenigstens mit diesem Spiel belohnt wird und es zeitlich sogar noch diese Komponente hat, dass man sagt, ey, es ist eigentlich erneut ein Knacker, die Eintracht in einem wichtigen Spiel im Europacup, was wir damals schon hatten in der Champions League, erneut gegen die Rangers. Also da ist so viel Historie dabei. Das ist einfach das geilste Finale, was ich mir hätte vorstellen können. Das muss ich ernsthaft so sagen. Das ist mit einer aktiven Fanszene, natürlich an einem scheiß Ort, wenn wir ehrlich sind, falsches Stadion, sucht ihr zumindest das größere Stadion aus. Das hätten die übrigens auch mal echt noch früh genug checken können. Aber da habe ich mega Respekt vor und ich freue mich, dass es genauso gekommen ist. Und egal wie es kommt, und Patricia hat es ja schon angedeutet, dass Leipzig kein Teil unserer Geschichte ist. Und wir im Zweifel, wenn das nicht klappen sollte, aber ich gehe davon aus, dass es klappt, liebe Leute, das wird auf jeden Fall klappen, dass wir die nicht dazu befähigen oder der Helfer sind für deren ersten internationalen Pokal. Da bin ich mir auch so dankbar, muss ich sagen, dass Leipzig für uns in dieser Geschichte keine Rolle mehr spielt. Ja, da spricht dann einen sehr wichtigen Punkt an. Also das hätte für mich auch das komplette Ding einmal ruiniert, wenn am Ende dann in irgendwelchen, ich wollte jetzt schon Geschichtsbüchern sagen, aber am Ende ist das Geschichtsbuch eh die Wikipedia, wenn da drin steht, dass wir irgendwie der Gegner beim ersten Pokalsieg werden nachher null Bock zu. Na, ist doch so. Also insofern seien wir froh, dass genau das nicht der Fall ist, dass wir damit nichts zu tun haben, sondern ganz im Gegenteil, dass es für uns darum geht, eigentlich ein mega geiles Finale zu haben von zwei traditionsreichen Mannschaften, die auf jeden Fall ihre Geschichten auch beide haben. Es ist natürlich bei beiden Vereinen so, dass da echt viel dazu kommt. Wir können vielleicht nächste Woche nochmal genauer in die Gegneranalyse, wobei es auch interessant ist, das jetzt zu sehen, wenn Giovanni von Broncos, der früher auch Verteidiger bei Glasgow Rangers als Spieler war, plötzlich zurückkommt als Trainer und führt die jetzt ins Finale. Und das ist ja eine Mannschaft, die, und das muss man auch sagen, das ist auch ein Vorteil für uns, viel von Fans getragen wurde und nicht von der spielerischen Qualität. Da spielt ein Leon Ballugun, mit allem Respekt, das ist jetzt kein Top-Player. Da sind einige Spiele, auch McConnor beispielsweise mit 40 Jahren, Torhüte, der ist gut, aber das ist trotzdem, bei Player ist die Eintracht eigentlich besser. Und genau diese Rationalität musst du auch wieder hinbekommen und das muss die Eintracht auch für sich hinbekommen. Ja, wobei du schon sagen musst, die Rangers sind jetzt auch nicht total ungefährlich. Also sowohl wir als auch die Rangers sind diejenigen Mannschaften in der diesjährigen Euroleague-Saison, die die meisten Tore geschossen haben. Also im Schnitt schießt jede Mannschaft, sowohl wir als auch die Rangers, das mehr als 15 Mal pro Euroleague-Spiel aufs Tor. Also da wird schon ordentlich Feuer drin sein. Ich glaube, was Marvin meint, ist diese Spieleanalyse, positionsgetreu zu schauen, wer spielt da, wer spielt bei uns. Hab ich ja gesagt, genau. Genau, das ist ja der Punkt, da hat er auch völlig recht. Es ist so, dieses Mannschaftsgefüge ist ähnlich wie bei uns. Wir haben ja auch in den Spielen teilweise dann sehr, sehr, sehr gut performt, obwohl es eben diese positionsgetreue Vergleich eigentlich zugelassen hätte, hier auch als Verlierer vom Platz zu gehen. Haben am Ende das Siegreich gestaltet. Wird also umso spannender. Das Finale wird wirklich, glaube ich, richtig krass. Und hier muss die Eintracht auch wieder die obligatorischen 110 Prozent geben, um dann am Ende hoffentlich toi, toi, toi als Sieger vom Platz zu gehen. Aber ich bleib dabei, genau, ich bleib aber dabei, dass die Einzelspieleranalyse, wenn du die einzelnen Positionen durchgehst, die Eintracht besser besetzt ist. Und wenn wir uns angucken, dass die Glasgow Rangers halt zu Hause mega performt hat, weil sie halt einen ganz anderen Vibe haben, aber sie sind nicht zu Hause. Ja, es wird ein 50-50 Spiel sein und keine Ahnung, werden auch natürlich mehr Rangers-Fans dann auch versuchen reinzukommen und viele Eintracht-Fans reinzukommen, aber es wird ungefähr 50-50 sein. Und diesen Heimvorteil, den sie beispielsweise hatten, der ihnen geholfen hat bei dem Spiel gegen Leipzig, aber beispielsweise auch bei dem Viertelfinalspiel in Braga, wo sie dann 3 zu 1 nach Verlängerung gewonnen haben, wo sie am Achtelfinale, wo sie gegen Roter Stern Belgrad 3 zu 0 abgezockt haben. Das sind alles Spiele, die von ihrer Heimdominanz ausgehen und nicht allein von der spielerischen Qualität. Und das will ich nur sagen. Und der Heimvorteil fehlt und das kann ein Schlüssel sein und natürlich müssen wir laut sein und die werden laut sein, aber wenn du dann wirklich rational runtergehst, dann kannst du nicht behaupten, dass das die besseren Spieler sind. Und das ist die Eintracht. Und das müssen die auch wissen. Und ich glaube, die sind auch cool genug. Die sollten nicht so selbstbewusst sein wie ich, aber die sollten schon wissen, dass sie eigentlich rational die bessere Mannschaft sind. Ich glaube, dann kann das wirklich klappen. Deswegen, ich bin optimistisch. Wir können nächste Woche nochmal drüber sprechen, aber ich will nur sagen, das wird ein knackiges Finale, das wird ein krasses Finale, aber trotzdem, rational gesehen, glaube ich, hat die Eintracht schon ein bisschen die Nase vorn. Da glaube ich aber auch. Also da setze ich 100 Prozent auf Oli Glasner, unseren Cheftrainer, der ja auch des Öfteren gesagt hat, dass er extrem ehrgeizig ist und dass er eigentlich immer gewinnen will. Und gerade in so einer Situation wird er die schon richtig einordnen. Also klar werden die wissen, dass sie spielerisch besser sind, aber es wird jetzt nicht so sein, dass sie da jetzt komplett drauf abheben. Der wird dir da schon ordentlich einordnen, da bin ich mir 100 Prozent sicher. Es ist ja auch ein Spiel, also es ist dieses eine Spiel, da kommt es ja meistens gar nicht so krass drauf an, wer ist jetzt unbedingt die bessere Mannschaft. Da wird schon Feuer auf dem Platz sein, aber wie ihr schon gesagt habt, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man den Gegner nicht unterschätzt, aber sich selbst, also auch selbstbewusst einfach auftritt, sagt, hier sind wir, wir sind besser als ihr und wir wissen das. Und das aber nicht sich drauf verlassen, dass man besser ist, sondern das eben auf dem Platz zu demonstrieren. Und ich hoffe und ich glaube aber auch, dass das die Eintracht hinbekommt. Ja, denke ich schon. Und bin deswegen mal gespannt. Ich habe auch das Gefühl, man kann die Rangers, um jetzt nicht viel zu tief reinzugehen, aber ich bin nächste Woche nicht da. Von daher, ich glaube, das liegt der Eintracht auch ganz gut, weil man die, habe ich das Gefühl, mit so Pressing, vor allem mit hohem Pressing, gut stören kann oder irritieren kann vor allen Dingen, weil ich nicht genau weiß, wie sehr sie das gewohnt sind aus der heimischen Liga. Und ich glaube, da hat man schon gesehen, dass sie da anfällig sind. Von daher, das ist auch das Spiel der Eintracht. Also ich mache mir da so ein bisschen Hoffnung, dass das irgendwie in eine gute Richtung geht und bin gespannt. Aber auf jeden Fall wird da Feuer drin sein, einfach, weil es auch beides Mannschaften sind, die sich von ihren Fans tragen lassen. Und wie ihr auch schon gesagt habt, von beiden Seiten werden genug Fans da sein, wahrscheinlich ausgeglichen viele. Von daher hat da keiner jetzt den krassen Vorteil, dass es jetzt irgendwie ein Heimspiel ist oder ein gefühltes Heimspiel, weil, keine Ahnung, die Fans wie in Barcelona das Stadion überrennen. Das wird nicht passieren, das wird ausgeglichen sein und dann kommt es halt auf den Platz drauf an. Und da kann es nicht schaden, dass man eben das auf dem Papier bessere Team ist. Und wir dürfen nicht vergessen, ich weiß noch, als wir über die vorherigen K.O.-Runden und über die Auslosungen geredet haben und wir hatten uns schon mal die Rangers gewünscht, aber ich glaube schon viel, viel früher. Ich weiß nicht, ob das vor Barcelona war. Da hatten wir noch gesagt, Rangers wäre cool, coole Fanszene, coole Reise und sportlich aber auch machbar im Gegensatz zu anderen Mannschaften, wo wir gesagt haben, ach, Barcelona wäre ja schwierig. Hat die Eintracht im Endeffekt jetzt im Nachhinein geschafft, aber klar, da hat man im Vorfeld sich natürlich höhere Chancen ausgerechnet und deswegen kann das, glaube ich, nicht schaden, im Finale jetzt ein Team zu haben, wo man sagt, hey, das ist mindestens auf Augenhöhe, das ist machbar. Also ich glaube, auf Augenhöhe auf alle Fälle. Die spannende Frage ist halt dann wirklich, wer hat am Ende die bessere Taktik und wo ist vielleicht nochmal irgendwie in Funken mehr Motivation drin, wie du gerade eben richtig gesagt hast, Patricia Pressing ist so ein Mittel, Geschwindigkeit und Konter ist so das andere Mittel. Da haben wir ja auch die nötigen Spieler auf jeden Fall mit einem Kostic und mit einem Knauf und hoffentlich ist bis dahin auch ein Lindström so weit wieder fit, den könnten wir da auch ganz gut gebrauchen, dass du dann da auch über die Geschwindigkeit gehen kannst. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, wo Glasgow jetzt nicht so die schnellsten Spieler auch auf dem Platz hat normalerweise. Aber gucken wir uns wahrscheinlich. Also ich glaube, es kommt auch immer mal ein bisschen aufs Spielglück an. Das ist halt so ein Funken, der am Ende auch den Ausschlag geben kann. Machen wir uns nichts vor. Wenn irgendwie eine Mannschaft ein Spiel erwischt, in dem sie einfach glücklicher ist, was an vielen Faktoren hängen kann, dann ist das Ding durch und dann entscheidet das natürlich nicht allein. Aber wer weiß, auf wessen Seite der Fußballgott an dem Abend steht. Das werden wir dann sehen. Und ich hoffe, es ist auf der Frankfurter Seite. Das hoffen wir, glaube ich, alle. Jetzt hattet ihr schon mehrmals angesprochen, Kartensituation. Das ist ein nicht allzu großes Stadion. Das ging, glaube ich, knapp 48.000 in das Stadion rein. Die Eintracht bekommt offiziell 10.000 Karten. Hat auch mittlerweile, ich glaube, nach etwas über 48 Stunden über 100.000 Anmeldungen, hat er auch angekündigt, dass es dann ein Public Viewing im Waldstadion geben wird, was auch nach wenigen Stunden, glaube ich, auch schon komplett ausverkauft war. Also die Nachfrage nach Tickets ist auf jeden Fall riesengroß. Und Marvin, du hast es vorhin schon angesprochen, man hätte da vielleicht auch von UEFA-Seite nochmal irgendwie spontan reagieren können, als man mal gesehen hat, welche Vereine da irgendwie noch auf dem Zettel sind und hätte da ja auch noch Alternativen irgendwie finden können. Ich glaube, du hättest jetzt auch ohne Probleme sagen können, so passet lohnt, dann können wir nochmal euer Stadion haben. Die 100.000, hättest du da von beiden Mannschaften auch irgendwie vollgekriegt. Aber selbst in Sevilla hättest du ja das größere Stadion zumindest nehmen können, ja. Genau, denn du sagst es vollkommen richtig, man hätte das größere Stadion zumindest nehmen können. Ich glaube, das wäre auch von der Logistik machbar gewesen, dass man halt sagt, man nimmt eine Stadt, nicht das Finale, das kann ich sogar nachvollziehen. Ich meine, das ist ja auch, es hat ja einen Grund, weil Sevilla immer wieder als Europacup-Stadt und Standort auch relevant ist. Insofern kann ich das nachvollziehen, aber dass du halt wirklich sagst, okay, komm, wir gehen wenigstens ins größere Stadion, das wäre halt irgendwie cool gewesen. Dass man das nicht macht und dementsprechend weniger Fans dann irgendwie den Zutritt gewährt, ist halt extrem ärgerlich. Wir kommen dazu noch, haben wir diese ganzen Sponsoren-Tickets, die auch ein Ärgernis sind. Ich glaube, da sind, ich weiß nicht genau, wie viele tausend Karten sind. Patrizia, ich glaube, du hast irgendwie mal gesagt, es sind auch nochmal 10.000 oder so. Ich weiß es gerade nicht mehr, aber ich hatte es, ich dachte schon, dass das fünfstellig war, oder? Ja, ich glaube schon. Überleg dir das mal, das ist halt natürlich einfach saubitter. Natürlich hättest du unfassbar viel verkaufen können, weil es ja zwei Traditionsmannschaften sind. Und im Endeffekt, das ist halt für uns so. Ich denke, es ist halt einfach so, dass du halt merkst, okay, wir versuchen jetzt irgendwie an Tickets zu kommen. Dennis und ich, wir probieren das. Ich meine, wie lange ist unsere Dauerkartensituation schon? Keine Ahnung, seit 20 Jahren mittlerweile. Ja, und im Endeffekt haben wir jetzt am Sonntag irgendwie, war das Sonntag oder? Ne, wir haben gestern, gestern irgendwie gesagt bekommen, ja, tut mir leid. Ihr werdet euch mal selbst bei der Eintracht und schaut mal, dass ihr bei der UEFA versucht, Garten zu bekommen. Das muss ja halt mal geben. Wow. Das muss ja halt mal geben, ne? Also seit 20 Jahren irgendwie Dauerkarte, auch dann dementsprechend diese Mitgliedschaft, alles über die Ultras Frankfurt. Und dann denkst du, ah scheiße, irgendwie klappt halt auch nicht. Da siehst du aber, wie schwach die Zuteilung dann auch bei diesen Gruppierungen ist, dass eben die, die nicht zum ganz harten Kern, nenn ich es jetzt mal, gehören, eben nicht ohne Problem mit Karten dann auch von dem Kreis bedient werden können. Also siehst du einfach, die Verteilung ist strikt, ist eng, ist knapp und ja, dann fällt jemand wie wir dann schnell dann auch aus diesem Kreis raus. Muss man akzeptieren, ist natürlich für uns mega ärgerlich und es wird natürlich über alle anderen Kanäle versucht, was zu holen. Wenn du dir natürlich diese ganzen Preisbörsen ansprachst, guckst, Ticketbörsen, das sind ja, also obszöne Preise von, ich glaube, es fängt an bei 1500 Euro und geht hoch bis 6000 Euro für Kategorien, wo dann noch dabei steht, also sowieso steht ja wahrscheinlich überall dabei, nicht übertragbar, plus es sind Kinderkarten irgendwie, also dass du noch einen Erziehungsberechtigten mitbringen musst oder was, also wo du sagst, was ist denn hier los, das kann hier überhaupt nicht funktionieren und dafür dann 6000 Euro, hallo, ja, also es ist, der Markt ist irrsinnig, aber ihr habt es schon gesagt, also selbst im Waldstadion, diese Karten waren nach zwei Stunden, glaube ich, ausverkauft und irgendwelche Leute haben heute Sachen aus Ticketbörsen auch gepostet, 600, 700 Euro und das Ticket hat 10 Euro gekostet, Originalpreis, also es ist schon krank, es ist einfach krank. Es zeigt die Euphorie, aber es zeigt auch die Krankheit dieser Welt, was hier passiert. Das finde ich einfach auch so unmöglich, dass es da Leute gibt, die sich dann irgendwie 3, 4, 5 von diesen Public Viewing Tickets irgendwie für einen Zehner holen, um sie dann für den hundertfachen Preis nahezu auf irgendwelchen Ticketplattformen, Ebay oder sonst irgendwas zu verkaufen. Ey, euch soll doch auf dem Scheißhaus der Blitz treffen, ey, ihr habt es doch nicht besser verdient. Ich finde es eigentlich eine schöne Aktion, dass es halt diese Public Viewing Sache gibt, also für mich war das jetzt persönlich nicht zwingend was, aber ich finde es halt tatsächlich cool, dass es gibt ja auch großer Bedarf, aber irgendwie habe ich fast das Gefühl, dass die Person, die das irgendwie für 1000 Euro oder noch mehr verkaufen will, dass die echt denkt, dass das halt das Live-Spiel wäre, also das Spiel halt in Sevilla. Also ich meine, was ist denn los mit euch? Ich meine, das ist halt ein fucking Bildschirm. Vielleicht sind das genau die Menschen, die halt sonst irgendwelche leeren Kartons auf Ebay verkaufen und hoffen, dass einer die Beschreibung nicht rechtzeitig liest. Die machen jetzt das Ganze mit dem Ticket und hoffen, dass da einer halt irgendwie drauf reinfällt. Könnte ich mir auch noch vorstellen. Aber ich finde es ja gut, dass die Eintracht sowas macht, dass man sagt, wir machen da ein Public Viewing. Es gibt ja auch mittlerweile einen angekündigten Fan-Marsch dann zum Stadion, ich glaube auch von der Oper aus, dann hin und so. Also man versucht es ja schon auch auf viele Wege da zu zelebrieren. Aber zumindestens von den Verantwortlichen der UEFA kann man sagen, wäre da ein bisschen cleverer gewesen, hätte man da noch mehr rausholen können. Ja, vor allem noch mehr Geld. Also denen geht es doch eh ums Geld. Stimmt. Verstehe ich nicht so ganz. Aber ja, sorry Dennis. Nee, gar kein Problem. Aber vielleicht habt ihr da noch ein paar Infos, weil du siehst ja jetzt die Problematik schon. Ihr habt hier alles toll angerissen, beziehungsweise auch ausgeführt. Es kommen 100.000 Leute, Glasgow Rangers, 100.000 Leute Eintracht Frankfurt. Die sind in der Stadt. Du lässt 20.000 Leute ins Stadion. Mit Glück 25.000. Was machst du mit diesen Leuten auf der Straße? In deiner Rechnung hast du vergessen, es kommen 100.000 Glasgow, es kommen 100.000 Eintracht. Du kannst von jedem Fennlager 25 abziehen, die im Stadion sind. Das heißt, es bleiben 150.000 übrig. Dazu gesellen sich circa 300.000 bis 350.000 Polizisten wahrscheinlich, weil man Angst hat, dass irgendwer auf die Idee kommt, die Stadt abzureißen. Ja, aber gibt es irgendwelche Angebote? Habt ihr da was mitbekommen? Warum gibt es so was wie, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, es ist tatsächlich so, dass jetzt zumindest in Sevilla ja auch darüber nachgedacht wird, wirklich Public Viewing-Angebote zu machen. Also ich weiß da noch nichts finales, aber es soll wohl wirklich darüber nachgedacht werden, ähnlich vielleicht wirklich, vielleicht das andere Stadion zu nehmen oder so. Das müssen wir mal abwarten. Das größere. Ja, aber das wäre doch Witz in Tüten. Da lässt du das Spiel in dem Kleinen laufen und machst in dem Großen ein Public Viewing. Aber es gibt tatsächlich Ideen dahingehend. Also irgendwas wird definitiv passieren, weil sie schon versuchen, natürlich das Ganze zu konzentrieren, Dennis. Ja gut, musst du ja aber auch irgendwie. Du willst ja schon auch eigentlich den Leuten irgendwie eine Möglichkeit bieten, weil ansonsten sind ja so, ja gut, die Kneipenbesitzer werden sich freuen, weil sämtliche Tapas, Bars und sonst irgendwelche Dinger, die Fußball zeigen können, sind halt voll an dem Abend. Aber ja, du willst halt schon eigentlich irgendwas anbieten. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Bin auf jeden Fall gespannt, was es dann im Endeffekt wird. Ja, ja. Ich finde das auch so krass unpraktisch, dass diese neutralen Tickets von der UEFA ja irgendwie schon im Vorfeld bestellt werden mussten. Ja. Und dann ist das ja klar, dass es Menschen gibt, die ihren Profit sehen und sich da irgendwie einfach vier, fünf, sechs Karten bestellen oder halt einfach versuchen, sich irgendwie diese neutralen Tickets zu sichern, um sie dann an die jeweiligen Fanlager über, mit irgendwie monströsen Preisen weiter zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob das so optimal geregelt ist. Also klar, ich verstehe, dass sie irgendwie, ja, wobei, verstehe ich das, ja, dass sie irgendwie auch neutral, neutrale Plätze anbieten wollen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Leute sind neutral jetzt so krass daran interessiert, dieses Spiel zu sehen? Also es ist ja eigentlich letztendlich, den Fanbases vorbehalten, deren Vereine auch spielen, würde ich sagen. Also ich glaube nicht, dass da jetzt großes Interesse ist. Ich glaube eher, das Interesse liegt da, dass sich Leute einfach diese Karten sichern, um die dann irgendwie gewinnbringend weiter zu verkaufen. Und ich finde, ich finde es ein bisschen problematisch. Aber du hast gerade einen wichtigen Punkt gesagt, Patricia, nämlich, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass normalerweise, und das hat Marvin, glaube ich, vorhin auch schon angerissen, dass ein Fanbase, Glasgow Rangers Fanbase, Eintracht Frankfurt, Finale, Dings, wenn hier ein Lully-Spiel ist, wie Leipzig gegen, ich habe keine Ahnung, wer noch unattraktiv ist und wenig Fans hat in dieser Euroleague-Saison. Wenn das schon klar ist, dann holt doch keiner, dann holt, glaube ich, wirklich auch keiner mehr Tickets neutral etc. So hast du ja immer noch so dieses, naja, dann schaue ich mir an, sind noch ein paar im Pott. Ich glaube, die sind ja auch an der Auslastung, die wollen ja auch auf ihren Tickets am Ende nicht sitzen bleiben. Das könnte ich mir noch vorstellen. Das jetzt ist natürlich in eine Situation eingetreten, viel zu viel Nachfrage, viel zu wenig Angebot. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es schon Jahre hier auch gab, wo das Angebot die Nachfrage fast überschritten hat. Dass du einfach sagst, naja, jetzt kennst du das Ergebnis, jetzt weißt du, wer da spielt und die Tickets werden nicht mal abgerufen vom eigenen Verein. Kannst noch mal eine weitere Verkaufsrunde starten, ob noch neutrale Fans hinwollen und so weiter. Man muss das hier ja wirklich mal noch ein bisschen getrennt sehen zu den sonstigen Jahren oder hier ist ja der absolute Wahnsinn mittlerweile. Also hier geht ja gar nichts und es ist einfach viel zu viel und viel zu wahnsinnig. Und ich glaube, das hat sich auch von denen keine, haben sich einfach die Leute, dieses Szenario haben sich wohl vorher nicht so richtig ausgedacht oder nicht so richtig mit in die Betrachtung aufgenommen. Sonst auch würden wir wohl nicht in diesem Mini-Stadion spielen. Aber gut. Ja, es ist echt schon, ja, es ist echt krass. Also es ist echt, ich finde es einfach mega ärgerlich, aber es ist wie es ist. Ich meine, es können eh nie alle hin. Ich hoffe halt, ich meine, es wird auch so sein, dass diejenigen, die eh alles Fahrer sind, halt dementsprechend reinkommen. Mal gucken, wen es dann noch erwischt. Ich glaube, es ist ein krasses Wawar-Spiel. Viele Leute haben sich echt, ja, diese hunderttausend Anmeldungen, ich mache mittlerweile jedes verschissene Gewinnspiel mit. Also ohne Mist, das ist halt nicht mehr zu fassen. Ich mache überall mit, wo es irgendwie geht. Ja, Dennis, wir haben jetzt die erste Absage bekommen, jetzt müssen wir gucken und vielleicht über Gewinnspiele, man hat sich, ja, irgendwie muss es halt vielleicht klappen, aber es ist halt einfach echt ärgerlich. Aber es ist halt fucking Finale von zwei geilen Mannschaften. Acht Tage Fingernägel kauen, ja. Wer weiß, ob man sowas nochmal erlebt. Ja, es ist so. Es ist so. Es ist halt wirklich Once, es ist ein Potenzial, das haben wir damals natürlich schon beim Europa, beim DFB-Pokal gesagt, aber es ist halt Potenzial, dieses Once in a Lifetime-Ding, weil du, weil die, ja, die Grandiosität dieses Europa-Cups, also ich meine, es ist halt auch so, ich meine, da stehen ja auch zwei Mannschaften, die vollkommen zu Recht dort auch jetzt gelandet sind. Das sind zwei Mannschaften, die diesen Europa-Cup als für sich das absolute Maximum erstmal begreifen und die nicht sagen, okay, geil, und dann, damit kommen wir in die Champions League. Natürlich denkt man darüber nach, aber Fakt ist, es geht jetzt um, es gibt den Europa-Cup, es geht darum, diesen Titel zu halten, es geht darum, am Donnerstag vor dem Römer zu stehen, zu heulen und zu wissen, dass das das vielleicht Größte ist, was wir mit unserem Verein erreichen können. Und das ist diese Grandiosität, es geht nicht darum, der BVB hätte das genommen und sagen, ja, okay, Europa-Cup, aber wir kommen nächstes Jahr in die Champions League. No, es geht hier darum, dass wir diesen Pokal haben. Und was dann nächstes Jahr ist, ist scheißegal. Es geht einfach nur darum, dieses Fest, was wir immer wieder haben, was wir schon gegen Bordeaux hatten, was wir schon in Porto hatten, vor einigen Jahren, wo wir überall in den Europa-Cup gekommen sind und überall ein Fest abgefackelt haben. Und vielleicht ist das jetzt einfach der krönende Moment. Und das ist, glaube ich, das, was, glaube ich, dieses Spiel so besonders macht. Von der emotionalen Seite her auf jeden Fall. Wobei du auch nicht vergessen darfst, wenn du es natürlich schaffst, hier gewinnst, machst du natürlich diesen Entwicklungsschritt, der dir jetzt vielleicht, wo dir Corona ordentlich in die Eier getreten hat und du hier kleine Brötchen backen musst, kannst du natürlich hier durch einen Sieg und nächstes Jahr feste Teilnahmen in der Champions League eben doch auch, ja, zumindest mildern oder dämpfen, wie auch immer man das nennen will. Also es hat natürlich diesen emotionalen Effekt. Marvin, ich will auch unbedingt diesen Titel und so wichtig wie für die Eintracht ist er wahrscheinlich hier für wenige, aber, oder für uns als Fans. Auf der anderen Seite ist es schon auch so dieser wirtschaftliche Aspekt, der dahinter steckt, auch die Chancen, die du einfach dadurch dann mitnimmst im nächsten Jahr. Ich glaube schon, das darf man nicht verschätzen und ja, also ich glaube, ich kann nur absolute Dinge hier im Kopf behalten. Wir müssen das Ding einfach gewinnen. Alles gut. Also finanziell ist diese Euroleague-Saison auf jeden Fall in dieser angestrengten Zeit ein großer Vorteil. Also die Eintracht hat nach den Berechnungen mit dem Zeitpunkt, wenn sie das Finale allein nur gespielt haben, fast 20 Millionen an Preisgeldern in der Euroleague eingenommen. Da hast du noch nichts mit Merchandise und so weiter mit dazu jetzt mit den ganzen Finalshirts und sonstigen Dingen, wo ja auch nochmal die ein oder andere Mark drin steckt und was du dann vielleicht auch nochmal an Attraktivität gegenüber Sponsoren und so weiter dazu gewinnst und was da vielleicht noch irgendwie an Sonderprämien vereinbart wurde. Also finanziell ist es auf jeden Fall ein großer Gewinn nach den zwei Jahren, wo du auf so viele Zuschauer und sonstige Einnahmen, Fernsehgelder hast ja nicht gesehen, verzichten musstest. Es wird wahrscheinlich nicht viel am Ende davon übrig bleiben, da wirst du erstmal ganz viel davon verwenden, um irgendwelche Ausfallthematiken, Lücken aufzufüllen. Aber allein, dass du das damit dann kannst, macht halt schon mal viel aus. Aber der Gewinn würde ja Champions League Teilnahme reißen, das heißt 20 Millionen Startgeld oder sowas. Das sind ja ganz andere Summen. Wenn du den Gewinn hättest, dann hättest du einmal das nochmal vier Millionen on top für den für den Sieg im Finale, plus dann glaube ich nochmal eine Million, weil du ja dann den Supercup spielst, plus dann eben in der kommenden Saison, weil du ja direkt in der Gruppenphase startest, hast du ja die Gruppenspiele plus irgendwie, ich glaube auch 19,1 bis Millionen, knapp 20 Millionen irgendwie safe an Prämiengeldern. Wie krank, mit einem Scheiß-Sieg, den wir auf jeden Fall holen werden. Ja, alles prima. Genau, und dann sehen wir auch wieder die Absurdität, dann hast du nächstes Jahr einen anderen europäischen Wettbewerb, nur weil du sechs Gruppenspiele gemacht hast, genauso viel Kohle eingenommen, als wenn du einmal komplett die Euroleague gerockt hast. Muss mir jetzt auch keiner mehr was von gerechter Geldverteilung erzählen im Fußball, ne? Ich habe ehrlich gesagt nicht zugehört, weil ich schon wieder zu viel zu nervös bin. Ja, kann ich voll und ganz verstehen. Zusammenfass und Marvin, wir gewinnen, alles gut. Genau, haben wir jetzt einfach beschlossen, wir gewinnen und dann nächstes Jahr, keine Ahnung. Ja, ich glaube, so viel können wir jetzt erstmal zum Finale an der Stelle sagen. Wir werden uns nächste Woche nochmal dann mit der Thematik beschäftigen und dann auch so ein bisschen auf das Thema Aufstellung gucken und welche Spieler sind da überhaupt fit und stehen zur Verfügung. Hinti scheint ja, so wie es sich jetzt andeutet, nicht spielen zu können. War das das, habe ich das richtig überstanden? Ja. Saison aus? Fuck, no chance. Ja, das ist ja noch so ein bisschen die Frage, was ist mit Lindström befitt wird da und was passiert mit der Hand Gottes, also Kevin Trapps Hand quasi. Tut sich da noch was, aber da werden wir uns dann in der nächsten Woche ein bisschen intensiver mit beschäftigen, würde ich sagen. So machen wir es. Marvin, du hattest angesprochen, du machst bei jedem fucking Gewinnspiel mit. Wo kann man denn unter Umständen am Sonntag Karten für das Euroleague-Finale gewinnen? Hättest du da eine Idee? Ja, auf jeden Fall. Das ist eine gute Überleitung. Ich weiß. Du bekommst einen eigenen Preis dafür. Genau, also man kann, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wo man aktuell mitmachen kann. Es ist beispielsweise bei diesem Mindpay kann man ja jetzt auch sogar mitmachen und vielleicht mit viel Glück irgendwas gewinnen, aber natürlich auch am Sonntag und zwar, wenn man jetzt Tickets holt für das wichtige, immens wichtige Spiel der Eintracht-Frauen im Pokal, nicht im Pokal, und zwar in der Meisterschaft. Ja, weil ich wollte sagen, dass sie in den europäischen Pokal einziehen können und genau das können wir jetzt von Johanna erfahren. Ich glaube, da hast du was, was du mal abspielen kannst. Genau, hören wir mal rein. Hallo, wir würden uns freuen, wenn am Sonntag möglichst viele Eintracht-Fans ins Stadion am Brentano-Bad nach Rödelheim kommen. Da spielen die Frauen von Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen. Es geht um den dritten Platz in der Bundesliga, also den Einzug in die Champions League. Das entscheidet sich zwischen uns und Potsdam. Solange wir mehr Punkte als die holen, sind wir drin. Potsdam ist gerade noch punktgleich, aber hat eine bessere Tordifferenz, spielen allerdings am Sonntag auch gegen die Bayern. Die Mannschaft ist super motiviert, freut sich über unseren Support. Das Praktische daran, viele der Lieder kennt ihr so oder so ähnlich schon aus dem Waldstadion und könnt einfach direkt mitsingen, wenn ihr bei uns seid. Los geht's um 14 Uhr, noch gibt es Karten, das könnte dieses Mal aber echt knapp werden. Wer nämlich bei der Eintracht genau mitliest, hat es vielleicht schon mitbekommen. Unter allen BesucherInnen werden zwei Tickets für das Europapokalfinale in Sevilla verlost. Und es gibt gute Chancen, dass auch Attila da sein wird. Wer ihn also mal richtig nah sehen will, sollte sich die Chance nicht entgehen lassen. Ah ja, und das Wetter soll auch richtig gut werden. Sonnencreme nicht vergessen. Aber es wird uns freuen, euch alle am Sonntag im Brentano Bar zu sehen. Geil. Vielen Dank, Johanna. Teil der Nudria-Bande, also einer Vereinigung, die total oft ansupporten und auch die ganze Zeit dabei sind, die jetzt auch beim Auswärtsspiel dabei waren, bei Potsdam, wo es ja dann auch gut geklappt hat, wo es auch den Sieg, den wichtigen Sieg der Eintracht-Frauen gab. Und ich glaube, jeder, der Bock hat, und ich bin am Sonntag auch da, ich gebe mir das definitiv, weil es ist halt einfach geil, wie wichtig diese Spieler gerade sind. Also wir haben letztens über die U19 gesprochen, die es nicht ganz geschafft hat, aber eigentlich trotzdem eine brutal geile Rückrunde gespielt hat. Wir sind fast in die Meisterschaftsrunde gekommen. Jetzt sind wir hier, dass die Eintracht-Frauen in die Champions League einziehen können. Und dann wissen wir auch, dass unsere Eintracht-Männer, worüber wir ja gerade gesprochen haben, eigentlich wirklich einem ganz großen Ziel in der Nähe sind. Also ich glaube, wer da mitmachen will, der sollte auf jeden Fall vorbeischauen. Genau. Sonntag, 14 Uhr, Stadion Brentano-Wart, da wisst ihr, wo ihr sein müsst. Sehr schön. Sehr schön. Und vielleicht habt ihr ja auch Glück und gewinnt die Karten. Vielleicht. Dann müsst ihr eine davon Marvin abgeben. Das ist die Bedingung. Weil ich das jetzt gesagt habe, genau so. Ja, gut. Dann ist ja noch ein bisschen Herren-Bundesliga gespielt worden am vergangenen Wochenende. Das Spiel war, glaube ich, gefühlt sowohl für die Mannschaft als auch für die Fans relativ egal. Dementsprechend war auch das Ergebnis 1 zu 1 am Ende gegen Gladbach. Für mich aber auch da noch mal ein kleines emotionales Highlight. Der Capitano war noch mal da. David Abraham wurde noch mal offiziell in einem vollen Stadion verabschiedet und hat quasi die lebenslange Ehrenmitgliedschaft bei der Eintracht verliehen bekommen. Also das war für mich schon noch mal so ein emotionaler Kicker. Falls nicht irgendwie sowieso schon die Emotionen von Donnerstag noch irgendwie nachgeschwungen wären, da war auf jeden Fall wieder so ein kleiner Höhenflug für mich drin. Ging es euch ähnlich? Ja, auf jeden Fall. Klar, logisch. War emotional und war schön, ihn wiederzusehen. Er hat ja mehr oder weniger Deutsch. Es ist halt immer wieder schön, wenn er da alles, was er raushaut. Und nein, schön. War wirklich top und hat mir gut gefallen. Klar, man hat eine tolle Zeit bei uns gehabt und ja, dementsprechend schon mit eines der Highlights des Spiels, vor dem Spiel also. Ja, auf jeden Fall. Mega Sache. Patricia, hat man das eigentlich auch im Fernseher gesehen? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, die sind einmal komplett in die Werbung gegangen. das hat schon ein bisschen so die Emotionalität rausgenommen. Ich habe das eigentlich alles über Social Media dann gesehen. Also ich bin dann in der Werbung auf Twitter gegangen und da war das aus diversen Perspektiven gefilmt und die Eintracht hat ja selbst auch noch was dazu gepostet. Also hat man die Verabschiedung von Abraham mitbekommen und dann war es auch emotional. Also ich fand es ganz schön, dass er auch wirklich vor der Kurve stand und zu den Fans gesprochen hat und ja auch noch mal den Abschied bekommen hat vor vollem Haus, den er verdient hat. Aber ja, das war schon ein bisschen ärgerlich, dass ja da einfach rausgegangen wurde seitens The Zone war es glaube ich. Es war Sonntag, ja. Ja. Das hatte so ein bisschen ja Sky-Züge kann ich schon mal sagen. Die haben ja meistens eigentlich kein Gefühl für irgendwas. Aber ich kann dich beruhigen, die geben sich da alle nichts. Am Donnerstag EuroLeague hier nach dem Spiel auf dem RTL Plus Stream du siehst die Fans im Stadion feiern und dann kommt die Schalte ins Studio und dann wird sich 15 Minuten darüber ausgelassen, wie schade das doch ist, dass Leipzig aus diesem Pokal ausgeschieden ist. Das war genau so auch beim Barcelona-Auswärtsspiel. Also da hat RTL auch sofort ins Studio geschaltet und dann ach ja und dann gucken wir auch noch wie es bei Leipzig aussieht, was denn bei Leipzig passiert und man hat sich so gedacht, okay, es interessiert hier wirklich niemanden und schalt jetzt sofort zurück ins Stadion, weil da halt auch noch komplett Emotionen waren. Also ja, das ist schon immer ärgerlich, wenn halt, ich verstehe das, dass Werbung vor allen Dingen ja auch verpflichtend ist und dass die Werbepartner dafür zahlen, aber ich finde in so Momenten ist das immer sehr, sehr unglücklich gewählt, da dann rauszugehen. Ja, weil eben die Leute vor dem Fernseher ja darauf angewiesen sind, dass sie die Bilder so geliefert bekommen und man möchte das ja eventuell auch live sehen und nicht irgendwie erst in einem Highlight-Video danach, deswegen, das war schon sehr schade. Keiner darüber zu wundern, warum die Leute nicht mehr bereit sind für Fußball im Fernsehen irgendwie viel Geld auszugeben und alle, mit denen ich in letzter Zeit gesprochen habe, nur noch maximal genervt sind von den unterschiedlichsten Anbietern, die es da gibt. Allein, das hatten wir auch schon gesprochen, den Fall, dass du da irgendwie 15 Abos abschließen musst, wenn du irgendwie Fußball gucken musst, dann sind sie eigentlich auch alle noch total unsensibel und scheiße, was die Übertragung angeht. Also da braucht sich doch auch keiner mehr zu wundern, wenn man nicht mehr bereit ist, mehr als 10 Euro für den Kram auszugeben. Sind sie selbst schuld? Entschuldigung. Nee, ist natürlich echt bitter, aber zum Thema zurückzukommen, ich finde, dass es natürlich eine sehr, sehr schöne Angelegenheit war, dass halt Abraham jetzt auch nochmal offiziell verabschiedet wurde, vieles durch die Corona-Pandemie war auch da unzureichend möglich. Ich muss sagen, nach dem Spiel, was ja fast wichtiger war zu spielen, selbst abgesehen davon, dass ich das Spiel in der zweiten Halbzeit echt okay fand, fand mich sehr für Patienz ja gefreut, der ein wunderbares Tor gemacht hat und auch erneut gezeigt hat, dass er im Kreis der, sag ich mal, der besten 14, 15 Spiele halt trotzdem einfach auch seinen Platz auf jeden Fall hat und war ja auch sehr umtriebig in der zweiten Halbzeit und was danach passiert ist mit der Costa, mit Barkok, mit dem Ilsanca, die nochmal gebührend und auch bei den Fans selbst verabschiedet wurden, das hat mir ein schönes Gefühl gegeben, muss ich sagen. Stimmt, ja. Das war auf jeden Fall auch eine schöne Angelegenheit, das letzte Heimspiel da nochmal zu nutzen und da auch Spieler, die uns zum Saisonende verlassen werden, zu verabschieden und ihnen halt auch zu zeigen, dass sie auch als Spieler bei Eintracht Frankfurt sehr geschätzt worden sind, auch gerade auch der Costa mit der Leistung ja in den vorherigen Bundesliga und auch Euroleague-Zeiten gebracht hat. Also auf jeden Fall eine sehr schöne Geste von der Kurve da. Aber am Ende, das Ergebnis hat gar nicht interessiert. Naja, ich muss sagen, ich finde es schon cool, ich meine, die Eintracht war in der zweiten Halbzeit eigentlich noch fast so dominant, dass du fast das zwei Einzige auch hättest verargumentieren können für die Eintracht. Wurde sehr zeitig abgefiffen, klar, aber es sind auch so Mikrosachen, die mich dann schon irgendwie zumindest noch freuen, wo ich dann sage, hey, guck mal, es war doch ganz cool, dass die Eintracht in der zweiten Halbzeit performt hat. Wir nicht noch weiter runterrutschen in der Tabelle. Ich glaube, die Rücksaisontabelle, die ist nicht wirklich gut, aber wir beispielsweise sehen, okay, schlimmer als Platz 13 ist jetzt tatsächlich nicht mehr möglich. Vielleicht geht noch was nach oben. Damit rechnet niemand, das interessiert auch kaum einen, aber ich weiß, ich hätte schon ein Problem gehabt, irgendwie hinter Augsburg zu stehen, das muss ich schon sagen. Ja, viel dran, ja. Also die Kurve hat es so schön formuliert gehabt, heute ist egal, holt uns den Pokal oder sowas, war doch ein großes Banner gespannt. Also dementsprechend, Marvin, hast du aber trotzdem recht, ich bin auch froh und ist ja auch mit, jeder Platz bringt so und so viel Euro im nächsten Jahr noch Fernsehtabellen, bla bla und was weiß ich. Also dementsprechend alles gut, unentschieden und erste Halbzeit war wirklich grauenvoll. Also ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen und zweite Halbzeit hat man doch gesehen, ein bisschen Qualität steckt dann auch in dem Kader, den wir da gesehen haben. Ja, aber auch erst nach den Auswechslungen, also nachdem du dann wieder mehr vom Stammpersonal da drin hattest, kam dann die Qualität, also es zeigt halt wieder sehr gut, du hast so diese elf, zwölf, dreizehn, vielleicht noch vierzehn Spieler, die du safe irgendwie bringen kannst, aber alles, was da drüber hinausgeht, performt halt einfach gerade überhaupt nicht. Aber gut, ich glaube, Hütter, das erzähle ich dir. Hütter war der andere. Ja, genau. Nee, Klaasner hat ja auch gesagt, da kann auch keiner erwarten, wenn Leute aus dem Kaltstart kommen, dass die jetzt hier ein Spiel niederreißen oder da die glattbar aus dem Stadion schießen. Und auch Marvin, da hast du was Richtiges gesagt. Patienz, er hat mich sehr gefreut und er hat auch wieder gezeigt, dass er eine Qualität hat. Ich weiß nicht, wie lange er uns jetzt noch erhalten bleibt, aber es ist auf jeden Fall was, ja, es ist immer gut, wenn du so jemanden auch im Kader hast, macht gute Stimmung und hat trotzdem ein gewisses Torpotenzial auf jeden Fall. Also alles gut. Muss man einfach jetzt einen Haken dran machen und nach dieser ganzen Euphorie vom Europa Cup, muss man auch sagen, ja, konnte man auch nicht viel erwarten jetzt. Ja, ich glaube, das muss man dann irgendwann bestimmt besprechen, aber dann halt gesondert nach dem, die Euroleague-Saison rum ist. Weil klar, ich glaube, wir müssen schon drüber reden, dass das in der Rückrunde vor allen Dingen nicht das war, was man sich erwartet hat. Ich glaube, das war auch nicht das, was sich die Eintracht, die Mannschaft, der Trainer erwartet haben. Das macht Glasner eigentlich auch immer deutlich, dass sie eben nicht zufrieden sind mit der Punkteausbeute in der Rückrunde, was gut ist, weil damit kann man eigentlich auch nicht zufrieden sein. Aber es ist, glaube ich, auch verständlich, dass das jetzt aktuell, dass das dann auch immer wieder so hervorgehoben wird. Ja, ist jetzt auch egal, ist jetzt auch egal. Ist es halt de facto auch, weil es geht letztendlich klar um Fernsehgelder, aber auch nicht mehr. Also in der Liga geht es jetzt, du bist jetzt natürlich in dieser Situation, dass es um nichts mehr geht, aber eben im anderen Wettbewerb um alles. Also wirklich um alles, um Titel, aber auch um die nächste Saison. Also es ist ja was ganz anderes, wenn du weißt, du planst jetzt mit der Champions League. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass das sowohl aus Fansicht als aber auch für den Verein jetzt eine untergeordnete Rolle spielt jetzt die letzten Wochen. Völlig verständlich, aber ich glaube, sowohl der Verein als auch wir bestimmt werden uns da nochmal auseinandersetzen mit der Rückrunde und was im nächsten Jahr vielleicht auch besser gemacht werden muss, weil ich glaube, in der nächsten Bundesligasaison will man ja wieder angreifen und da vielleicht auch ein bisschen glücklicher in dem Wettbewerb sein, weil das war jetzt klar eine Übergangssaison und es hat vieles nicht so geklappt, wie man das vielleicht wollte, aber alles in allem, vor allem jetzt hinten raus zu wenig und das kann man ja bestimmt festhalten und natürlich ärgert das einen, aber wahrscheinlich erst, nachdem der andere Wettbewerb, der uns jetzt allen in den Köpfen sitzt, vorbei ist, weil ich glaube, keiner will sich davon runterziehen lassen und keiner hat aktuell auch Zeit, darüber viel zu philosophieren, was jetzt in der Bundesliga los ist. Du wirst diese Diskussion nicht anfangen, du wirst jetzt noch das letzte Spiel gegen Mainz am Samstag irgendwie machen, da wirst du auch wieder ein bisschen durch wechseln, damit einfach die Spieler im Rhythmus bleiben, aber du wirst da jetzt auch nicht unbedingt vor das Risiko gehen wahrscheinlich, weil man sich da jetzt ja auch nicht irgendwie blöd noch eine Verletzung irgendwie holen will und dann wird man die große Analyse dann nach dem Pokalfinale und mit ein bisschen Abstand, nachdem man das hat, alles sacken lassen, wird man sich das wahrscheinlich sehr genau angucken. Ich meine, wir haben jetzt schon eine ganze Reihe an Spielern für die neue Saison, das heißt, da haben wir auf jeden Fall einen komplett anderen Kader. Bei dem einen oder anderen steht ja noch auf dem Zettel, ob er vielleicht noch bleibt. Da wird man sich dann damit beschäftigen und dann wird man da einen Plan draus machen, wie man da im nächsten Jahr besser agieren kann. Da bin ich fest von überzeugt, aber das machst du nicht jetzt. Ist richtig, wie gesagt, das können wir demnächst nochmal, wir haben ja auch dann ein bisschen Sommerpause und so weiter und so fort. Da gibt es dann einiges, was wir da thematisieren können, wenn du schon über Zugänge sprichst, können wir auch über Abgänge sprechen, ist ja klar. Der eine oder andere wird uns verlassen. Zuber hat beispielsweise einen festen Vertrag in Griechenland unterschrieben, das bringt ein bisschen Ablöse, das ist eine coole Sache. Ich glaube, roundabout zwei Millionen, der ist sehr glücklich dort, hat sehr gut performt und wird dementsprechend dort weiterspielen. Wir wissen auch, dass ein Dominic Core, glaube ich, für roundabout drei Millionen jetzt nochmal auch wirklich fest von Mainz verpflichtet wird. Also auch da kommt nochmal ein bisschen Geld drüber, das ist tatsächlich nicht verkehrt. Ja, bei Core darfst du auch nicht vergessen, das ist ja nicht nur die drei Millionen Ablöse, die wir kassieren, sondern das war ja auch so einer hier Pokalfinal-Dingens-Verträge. Also der wird auch ganz ordentlich Gehalt kassiert haben. Also da wirst du auch da an der Stelle nochmal die Kosten ganz gut nach unten schrauben. Genau, das hätte ich auch gesagt. Es geht natürlich auch darum, dass du, naja, alles gut, weil Il Sanka, Da Costa, Core sind alles Spieler, die relativ viel Geld verdient haben und da ist es gar nicht verkehrt, dementsprechend da jetzt eine Umstrukturierung vorzunehmen in der Hoffnung, dass alle auch gerade Danny Da Costa dann demnächst auch wieder glücklicher wird und vielleicht auch wirklich dauerhaft performen kann. Aber für die Eintracht ist das halt ganz gut, weil sie ein bisschen Geld sparen kann und sogar ein paar Erlöse reinbekommt und ja, auf der anderen Seite verpflichten wir den einen oder anderen Jugendspieler, den wir gerade in unsere U19 haben und der vielleicht zumindest erstmal für die zweite Mannschaft, die ja auch bald startet, worauf ich auch richtig Bock habe, ja, dort zeigen kann, was er so kann. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich hoffe, wir fahren auch vielleicht das eine oder andere mal hier aus diesem Kreis mal nach und schauen uns das an. Ja, auf jeden Fall. Also das steht bei mir auch ganz fest für die Saison dann auf dem Zettel da das ein oder andere mal hinzufahren, da Spiele zu gucken. Da habe ich auch richtig Bock drauf, da einfach mal zu sehen, wer damit vielleicht nochmal ein bisschen näher an die Mannschaft dran rücken kann und auch zu sehen, was da an Entwicklungsplänen dahinter stecken. Also da tut sich ja jetzt auch das eine oder andere mit dem Trainer, den man da ja jetzt dann auch fest verpflichtet hat von der Wormazia. Also glaube ich, da ist die Eintracht auf einem richtig guten Weg, was das Thema Weiterentwicklung und Nachwuchsförderung und Struktur angeht. Also da, ich habe jetzt schon richtig Bock auf die neue Saison. Ich ärgere mich jetzt schon fast, dass da eine Sommerpause dazwischen ist. Okay, gut. 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 Was haben wir denn sonst noch auf dem Zettel? Ah, ich habe ja noch einen wichtigen Nachklapp von der letzten Woche. Und zwar der Markus, ihr erinnert euch ja noch, der war vor dem West Ham Spiel hier und hat uns ein bisschen in Einblicke gegeben zu West Ham und der hatte uns ja in der letzten Woche den Aufruf Tickets for Ukraine geschickt, wo man nochmal dem ein oder anderen Geflüchteten aus der Ukraine eine Möglichkeit geben konnte, ein bisschen Alternativprogramm zu erleben und er hat jetzt am Montag nochmal geschrieben, dass er sich sehr bedankt. Das haben sich 25 Leute gemeldet, sie haben 25 Tickets eingesammelt und konnten damit entsprechend 25 ukrainischen Flüchtlingen einen schönen Sonntag im Frankfurter Stadion spendieren. Das ist eine ganz, ganz großartige Sache und er lässt vielen Dank und viele Grüße an der Stelle ausrichten, was ich hiermit getan habe. Sehr schön. Ja, können wir öfter machen. Ich bin mal gespannt, ob dieses Ereignis beziehungsweise diese Aktion öfter weitergeht. Das wird auch eine ganz feine Angelegenheit. Finde ich eine schöne Idee. Genau. Also wenn da nochmal was kommt, bin ich mir ziemlich sicher, dass Markus uns eine Info gibt, dann können wir das hier nochmal reinhängen. Ich finde das eine schöne, auch eine schöne Aktion und wenn man dann dem einen oder anderen zumindest mal für eine kurze Zeit ein bisschen Ablenkung bescheren kann, dann ist das glaube ich in der Zeit heutzutage doch viel wert. Damit bin ich mit meinem Themenzettel durch. Habt ihr noch was? Nee, ich lese es gerade so die ersten Zu- und Absagen, die gerade irgendwie rausgehen und bin sehr nervös, ob da was passiert oder ob wir vielleicht doch Unmengen an Geld investieren müssen. Nee, gerade habe ich jetzt persönlich nichts mehr. Ich glaube, wie gesagt, liebe Leute, geht alle, egal ob ihr jetzt auf Tickets schielt für das Finale oder ob ihr einfach wirklich die Eintracht Frauen supporten wollt, geht dann zum Brentano Bad. Ich glaube, das wird sich lohnen. Das ist ein wichtiges, wichtiges Spiel und das ist ja auch so ein bisschen unser Ansatz hier, immer wieder so ferns uns möglich ist, ein Zeichen der Aktualität kriegen wir es natürlich nicht immer gebacken, aber natürlich das Komplettplaket Eintracht zu supporten. Insofern wäre doch schön, wenn die es in die Champions League packen. Genau. Dann hätten wir schon mal eine von unseren Mannschaften in der Champions League, dann müssen wir die zweite noch nachziehen und dann wird das nächstes Jahr ein gar grandioses Fußball, also die nächste Bundesliga-Saison eine gar grandiose Saison. Ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir hier den Sack zu und werden uns dann in der nächsten Woche wieder melden und da dann mit einem intensiven Ausblick auf das Spiel gegen Glasgow, das Finale, werden uns dann auch mit Aufstellungen und Spielern und so weiter beschäftigen. Marvin, ihr macht mit Sicherheit von Fußball 2000 auch ein bisschen Vorberichtprogramm, also da kann man wahrscheinlich auch von Montag bis Mittwoch dann das eine oder andere bei euch noch sehen. Auf jeden Fall, Patricia ist ja auch involviert, obwohl sie im Urlaub ist, aber sorgt auch mit dafür, dass auf den Social-Kanälen viel passiert. Wir werden am Montag eine normale Fußball 2000-Sendung haben, am Dienstag wird es was geben, am Mittwoch vielleicht sogar einen Livestream und vielleicht sogar eine Reaktion und ich glaube, wir werden euch auf jeden Fall in allen möglichen Wegen mit der Eintracht beschäftigt halten und hoffentlich gemeinsam dafür sorgen, dass die Fans diesen Weg der Eintracht zum Pokalsieg, zum Europapokalsieg mitbekommen. Sehr schön. Also schaltet nächste Woche ein, sowohl bei uns als auch bei den Kolleginnen von Fußball 2000, da dann auch mit einigem Live-Eindrücken und Reactions und ja, wir wünschen euch eine schöne Restwoche allen denen, die am Samstag in Mainz sind. Viel Spaß, ihr habt den Aufruf von Marvin gerade eben nochmal gehört, alle am Sonntag ins Brentano-Bad und bis dahin, macht's gut. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö 4 5 5 5 Es kann am Anfang von Hey 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 Es kann am Anfang von Hey 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 Es kann am Anfang von Hey 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 Es kann am Anfang von